herzlich willkommen zum ankündigungsvideo der schachwoche ich wünsche euch aber erst noch nachträglich frohe ostern und ja ich hoffe ihr hattet ein schönes fest ok die schachwoche sie wird stattfinden nächste woche also die kommende woche vom vierten vierten bis zum zehnten vierten es werden täglich drei videos hochgeladen und zwar bei schach videos ja einmal zufall schach einmal blütschach und einmal schnell schach ich hoffe ihr werdet was lernen ich hoffe ihr habt spaß und ich hoffe ihr seid dabei schreibt fleißig kommentare gibt fleißig feedback und ich freue mich drauf bis dahin